Die Beldreist, ein Pokémon mit dem Typ Boden und Drache, existiert seit der dritten Spielgeneration, entwickelt sich aus Vibrava, welches sich aus Knaglion entwickelt. Die Beldreist ist ein etwa menschengroßes, echsenartiges und flugfähiges Pokémon mit hauptsächlich grüner Farbe. Sein schlanker hellgrüner Körper verfügt über eher kümmerliche, aber krallenbewährte Arme und kräftige Beine und läuft in einem sehr langen Schweiß aus. Dieser weist am Ende eine fächerartige rotverzierte Struktur auf und ist von dunkelgrünen Zähstreifen geschmückt. Die Beldre hat große Flügel, die ebenfalls rot gerahmt sind. Seine Augen sind von roten, auffälligen Gliedern geschützt, zwei große spitze Fühler ragen nach hinten aus seinem Kopf. Seine Shiny-Form weisen anstatt der dunkelgrünen Zähstreifen und Fühler nun hellblaue auf und verfügen daneben über eine orangefarbene Färbung, der ansonsten in rot vorzufinden Körperstellen und Liedern. Die Beldre, das auch als Wüstengeist bekannt ist, macht sich seinen sandigen Lebensraum in Kampfe auf vielfältige Weise zunutze. Während Sandwirbel und Lehmstelle dem Gegner die Sicht rauben, wird dieser durch Sandgrab eingeschlossen und mit Dampfwalze oder Erdbeben attackiert. Seinen drachenhaften Körperwirft ist dem Gegner mit Drachenrute oder Drachenstoß entgegen und beherrscht auch andere kräftige Attacken wie Feuerodem oder Hyperstrahlen. Die Beldres Flugfähigkeit spiegelt sich in der Fähigkeit Schwebe wieder. Die wohlklingenden Geräusche, die das Schlagen seiner Flügel verursacht, macht er sich mithilfe von geräuschbasierten Attacken wie Ultraschall, Superschall, Kreideschrei oder Aufruhr zunutze. Die Beldre ist ein seltenes Pokémon, das sandige Wüsten als Lebensraum bevorzugt. Es ist sehr scheu und versteckt sich vor Menschen, die es folglich so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Nähert sich ein anderes Lebewesen, wirbelt die Beldre im Fluge durch seinen Flügelschlag Wüstensand zu Sandstirmen auf, in dessen Zentrum es sich vor fremden Blicken verbirgt. Die Beldres Flügelschlag erzeugt bezirzende Töne, die wie eine schöne Frauenstimme klingen. Dieser Gesang ist oft das einzige Geräusch, das man in einem Sandsturm vernehmen kann. Gerät seine Beute in den Wann der Musik, wird es vom Sandsturm umgeben und erliegt ihm geheimnisvollen Jäger. Die Beldre das Mystik-Pokémon wird deswegen als Geist der Wüste bezeichnet. Dabei ist die Beldre der dritte Teil der dreistürfigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Vibrava, welches sich aus Knaklion entwickelt. Im Laufe der Entwicklungen verwandelt sich das Pokémon von einem im Sand versteckten Käfer über eine insektenhafte Flugwegeform hin zu einem großen gefährlichen Jäger. Auffällig ist hierbei, dass sich Knaklions Körperfarbe von denen seine Weiterentwicklungen unterscheidet. So ist Knaklion in einem rötlichen Braun gefärbt, während Vibrava und Vibravas Körper grün sind. Knaklions Erscheinung basiert hier vermutlich auf der eines Ameisenlöwen. Der Rest basiert die Sand-Erwalt-Entwicklung vermutlich auf einer Ameisenjungfer oder Libelle, welche in der Biologie ebenfalls als das höhere Entwicklungsstadium eines Ameisenlöwen zu finden ist. Bei der Entwicklung zu Lebeldre erweitert sich der Körper dieses Wesens, welches erst an einen Netzflügel erinnert, durch Elemente eines Drachen. So wird Lebeldres Körper kräftiger und es bilden sich Hände mit Krallen. In den Spielen wird dabei die Entwicklung von Knaklion zu Vibrava auf Level 35 ausgelöst und von Vibrava zu Lebeldre auf Level 45. Und mit der Typenkombination ist es Immun gegen Boden- und Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift-, Gesteins- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Drachen- und Pferattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.